So, dann besuchen wir doch mal Cacius. Cacius, der hoffentlich kein... Nein, das reime ich jetzt nicht. Das wäre zu ekelhaft. Und nur? Cacius, wir brauchen den Exfunktion. Was machst du? Hold on a second. No Zeit. Stopp da, da. Du kannst es nicht physisch benutzen. Was heißt, wir können? Es ist nicht funktionierend. Wir versuchen immer den optimalen Weg zu lösen. Ach, warum hat es jetzt nicht so geblieben? Wenn du in eine Runde bist, würde ich sagen, den in dem Ancienten Institut zu benutzen? Es gibt einen da? Natürlich. Die meisten der Geräte hier sind die Reproduktion von den Ancienten Institut. Danke viel, Cacius. Ich liebe dich. Komm schon, wir brauchen den Ancienten Institut zu machen. Wir haben keine andere Rechores, ich glaube. Lass uns das buchen. Ja, dann mal los. Jetzt hätte ich jetzt... Was anderes erwartet als Backtracking. Schon ein bisschen heftig. Warum? Warum? Das macht storytechnisch auch irgendwie gar keinen Sinn. Warum ist das Device jetzt kaputt gegangen? Wir haben zum Glück keine neue Private Action. Hat man sich jetzt gesagt... Und da war der Spieler bisher nur einmal. Da muss er jetzt unbedingt nochmal hin. Und wenn er wiederkommt, dann passiert irgendwas. Weil der Device funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Unser Labor wurde jetzt gesprengt von Kronos. Kann ja auch sein. Wir sollten uns also beeilen. Oh ja. Ich bin mal echt gespannt was gleich passiert. Die sprengen doch hundertprozentig jetzt gleich das Labor. Da rechne ich jetzt so fest mit. Wo, 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 wo. Ich hör's ja schon. Oh, oh. Die springen doch jetzt ins Labor. Oh. Oh shit, ja tatsächlich. Ach nee, doch nicht. So, he's behind all this. Fidel! Aurelia? Aber wie kann das sein? Sis, was? Aurelia? Sie hat gesagt, Sis? Are you too imbecilic to realize the instrument you have is not really a... What? The one in your possession is Feria, and it is the foundation upon which Kronos is to build its new world order. It also differs from the unit you hold so much extraneous affection for. Thus, I doubt you will mind returning it. Why is a famous general fighting in the Galactic equivalent of some Backwoods-Hicks family feud? Interessant question. I could ask the same of you, Captain Kenny. Oh, just how do you expect to save Little Miss Starlight from all these heavily armored troops? If all the reports I have received on you are correct, well, I believe your name is Fidel. So, Fidel, if you possess even a modicum of sympathy for that thing, stand right there and don't move. Retrieve Feria for me. Niki! Niki! Aaaaaah! I know that light. Activate the neutralization device! So, the boy is the catalyst after all. Fascinating. With some modifications, we should be able to draw even more power from her. Bring her here! We'll be taking Feria with us. Thank you for holding on to her, Fidel. Due to your act of kindness, we were able to collect precisely the data we needed. Oh, also have the Institute doch gesprenged. Und diese kurze Szene hat viel erklärt. Zum einen, ja, es war ihre Schwester. Also, die sieht sie zumindest als Schwester an. They seem to have warped out. Now she's not even in the same sector as us. Isn't there something we can do to save Relia? Anything at all? We'd have to get our ship back before we could do anything else. And how long will it take for you to get it back? It's scheduled to arrive in a day at the earliest, but we'll likely arrive in two. Then all we can do is wait. Wait. This is a problem between the Federation and Kronos. There's no need for you Fekredians to get involved. It's too late for that. Don't take it the wrong way. She was thinking of your well-being when she said that. If you come with us, then... If we go with you? Then, you may never be able to return to this planet again. Even if we do save Relia. We might never see our home again? Hmm. If you wish to join us, be prepared for that eventuality. Those of you who remain undeterred can assemble in Santa roll. Understood. Okay. Oh, Todd, I like it, Nick. Haven't you, Fidley? Yeah. I'll always follow your lead, wherever you take us. Maybe it'd be a good idea, to return to Thal first. I'll let you choose the way. Darf ich selber hinlaufen, oder nicht? Ich hab noch so viel zu erzählen gerade zu Relia und, äh, Ferrya. Weil, äh, die scheinen ja trotzdem nicht echte Schwestern zu sein. Captain, our vessel will be arriving in the Fae-Crete-4-Sector in approximately 17 hours from now. Contact me again once you enter orbit. Do you think... Fidel and the others will come? Ja, mit Sicherheit. Also, da geh ich jetzt mal von nichts anderem aus. What would you do in my shoes? Would you be so eager to conduct research in an unknown land? If it meant possibly throwing everything away and never coming home? I bet you would. That's why you're not here now. If a true researcher somehow dropped a valuable piece of evidence into a bottomless pit, he'd jump right in after it without thinking a wit about his own safety. Gehen wir jetzt alle durch, oder? As a central Rassulian officer, I have a responsibility to care for my subordinates and protect the country from harm. It would be wrong to forget that. On the other hand, what if Fidel? I can't in good conscience abandon my mentor's own son. Please, Master. I need your guidance. What would you do in my shoes? Fidley, you do... recall when you guys took me in, right? Yeah. So many were killed. Like Papa and Mama and more. Not to forget your own mom. Because that wicked illness beset our little town. It was disastrous. I know I was certainly at wit's end. But then you said these words. I'll take care of you like Kin. Dry those tears, right? Stop that blushing here. My dad was always in other lands. Meaning my world lacked structure. I bet taking care of you is why I'm still here today. You think so? I shouldn't have said anything. We're no longer little kids now. No, we're not. I don't want to stay your sister any longer. Well then, I'll stop being a big brother to you. Then can I call you Fidel now? Works for me. All right, Fidel. Here on out, I won't allow any people to hurt you. I should, I should say that, not you. I'll雈 look for you. I won't allow Die Szene mit den beiden war jetzt mit am längsten. Ja, und Liebes in the air. Und nicht mit Victor. So, jetzt habe ich tatsächlich zu zweit mit den Latschen. Ich wurde aus Sanctuary rausgezwungen und muss jetzt laufen. Hat denn Ted irgendwas zu sagen, dass er in Zukunft wahrscheinlich alleine sein wird? Ich werde das jetzt übrigens weiter so behalten. Ich mache keine Quests weiter, sondern konzentriere mich halt wirklich auf die Hauptstory. Okay, nichts. Ich bin ja mal gespannt, ob es in diesem Spiel wirklich irgendeinen Einfluss hat, die Zuneigung. Weil in The Last Hope war es eben so, dass unterschiedliche Endings zustande gekommen sind. Das wünsche ich mir für hier aus. Jetzt gehe ich aber, glaube ich, nicht über die Passage vom Cliff, sondern über den Dakar Footpath, weil das einfach schneller ist. Labern fangen sie hier auch nicht an. Okay. Aber vielleicht neue Waffen. Ich habe übrigens auch jetzt nicht vor, neuen Gegnern hinterher zu jagen für Items oder sowas. Das dauert mir einfach zu lange. So, verkauf mir aber was Anständiges. Mehr nicht. Nö. Nö. Ernsthaft? Nichts Neues. Na egal. Dann schauen wir mal, ob wir Victor und Resulia abholen können. Ich finde es halt interessant, wozu haben sie Ted am Anfang vorgestellt. Nur, damit sie sich jetzt nicht von ihm verabschieden. Ach ja, wir stehen gemeinsam in Stahl und wir gestehen uns unsere Liebe. Wir sind nicht mehr Bruder und Schwester, aber alle anderen Bewohner, die uns mit aufgezogen haben, ach, die sind doch völlig egal. Und unsere Freunde, die wir vorher hatten, auch. Wie wichtiger ist, dass wir jetzt neue Freunde haben? Ja, genau so kommt das gerade mir vor. Neue Gegner. Wird ja aber auch mal zeigen. Ja, okay, aber guck mal, die tauchen ja einzeln auf. Ja, dann waren wir aber schon weg. Dragonhide. Viel wichtiger wäre ja dieses komische Fossilzeug gewesen, aber naja. Komm, ich meine, du bist doch wieder so ein Polifaga-Durist. Hä? Ist das doch schon Neues? Rote Frucht. Ernsthaft. Okay, ich brauche mich halt echt nicht, um die Gegner zu scheren. Ich kann die nur Scheiße bringen. Außer Drachen. Drachenplatz zu machen ist schon irgendwie ganz lustig. Die bringen wenigstens Items. Wäre ja auch traurig, wenn sie irgendwie keine Schätze oder so dabei hätten. Dragonscales, ernsthaft? Es ist, das habe ich ja schon vor Ewigkeiten bekommen. Mir ist jetzt wieder so ein Vieh. Ist mir jetzt so egal eigentlich. Aber ich will nicht kurz den Platz. Ich bin der Meinung, das sind doch dieselben Viecher wie sonst auch. Oder irre ich mich? Seide. Ich meine, ich könnte natürlich auch dann neue Sachen schmieden, wenn ich jetzt Fokus drauf legen würde, die Gegner hier platt zu machen. Aber das ist mir einfach, das ist zu zeitaufwendig. Also ohne Witz, ich meinte das im Gegens ernst, als ich sagte, wenn ich die ganzen Quests und alles nicht gemacht hätte, dann wären wir vielleicht bei Part 20 oder so. Das ist wirklich so. Was ich halt dann backtracking die ganze Zeit hatte, hat unglaublich viel Zeit gefressen. Wir suchen nach Monstern und alles. Das hätte ich alles schön kurz und knapp haben können. Ich bin auch, glaube ich, viel zu überlevelt momentan. Das würde erklären, warum die so einfach sind. Oh, aber was ich machen kann, Specialty. Hier, Bücher. Das habe ich noch überhaupt nicht voll gehabt, ich Trottel. Das schaue ich jetzt aber gleich hier eben nochmal rein. Aber es sieht nicht so aus, als wenn ich da jetzt groß was Neues machen kann. Nur das Übliche, sage ich mal. Lightjam? Nein, habe ich viel zu wenig von. Hier, und von den Büchern kann ich halt mal wieder gar nichts machen. Oh, die sind ja nice aus. Lairnblade. Oh, die sind sogar ein bisschen robuster. Faszinierend. Hat aber auch nichts Neues jetzt hinterlassen. Läuft hier rechts auch nochmal so einer rum? Nee, neuer Pülz. Hallo, neuer Pülz. Nukumich. Was hinterlässt du mir denn, wenn ich dich platt mache? Naja, es war jetzt wie immerhin, dass der Zauber wirklich immer von Miki war, wenn der niedergeprescht ist. Was hinterlässt du mir denn, wenn es hier mal är für die Zauber und ich mich ist, hier in der Zauberin, dann wird er das Geschenk herbe. Ich bin aus. Was hinterlässt du mir denn, wenn ich mich kurz zu mir. Dann hat zu mir. Ich bin aus. Ich bin aus. Untertitelung des ZDF, 2020